Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie mein Kollege Krillich es bereits gesagt hat, die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich eben besonders an ihrem Umgang mit den Schwächsten in der Gesellschaft. Und dazu gehören eben viele Migrantinnen und Migranten und auch Flüchtlinge. Und erst letzte Woche hat das Bundesamt für Statistik Ergebnisse des Mikrozensus 2010 vorgelegt, die eben belegen die dauerhafte soziale Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und zu den Schwächsten dieser Gesellschaft gehören eben aber auch vor allen Dingen die Menschen, die ohne einen offiziellen Aufenthaltsstatus hier leben. Sie werden oft absurderweise auch in den Debatten hier im Deutschen Bundestag als Illegale bezeichnet. Und ich muss auch für meine Fraktion hier klarstellen, es gibt keine Menschen, die illegal sind. Es gibt nur Menschen, die illegalisiert und damit auch kriminalisiert werden. Für uns gilt immer noch, kein Mensch ist illegal. Die Fraktion Die Linke begrüßt und teilt das Anliegen des Gesetzentwurfs der Grünen, auch wenn er erhebliche Mangel aufweist, lieber Kollege Killitsch. Diese Mängel hatte dieser Gesetzentwurf teilweise auch schon in dem Gesetzentwurf von 2006. Ich finde zum Beispiel, dass Menschen nicht nur nicht illegal sind, sondern auch kein ordnungspolitisches Freiwild. In der Begründung ihres Gesetzentwurfs, das wird auch hier immer wieder betont seitens FDP, die sich Liberaler nennen und auch von den Konservativen, ist die Rede von der Pflicht des Staates, illegale Einwanderung und illegalen Aufenthalt zu bekämpfen. Ich frage mich, wo soll denn diese Pflicht eigentlich normiert sein? Eine solche Pflicht findet sich zum Beispiel im Grundgesetz in keinster Weise. Allerdings enthält das Grundgesetz eben die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, die Menschenwürde zu achten, sie zu schützen und sich zu den unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft zu bekennen, sowie die sozialen Menschenrechte, naja, da können Sie mal etwas nachlesen, sowie die sozialen Menschenrechte in Verbindung eben mit dem Sozialstaatsprinzip durchsetzbar zu machen. Und für die Linke ist es daher längst überfällig, dass auch Menschen ohne einen Aufenthaltsstatus die ihnen zustehenden sozialen Menschenrechte auch endlich in Deutschland in Anspruch nehmen können. Illegalisierte müssen das Recht auf Schulbildung, das Recht auf Privatleben, das Recht auf medizinische Versorgung und das Recht auf eine gerechte Entlohnung für ihre Arbeit, sowie das Recht auf körperliche Unversahtheit haben. Sie dürfen keine Angst haben vor einer Abschiebung, wenn sie das eigentlich Normalste der Welt tun, nämlich ihre Rechte, ihre Menschenrechte in Deutschland wahrzunehmen. Insofern teilen wir eben auch die Kritik der Grünen in ihrem Gesetzentwurf bei dem Umgang mit den Illegalisierten, wie es hier zum Ausdruck kam. Richtig und erforderlich, dringend, ist die Beihilfe zum humanitären Aufenthalt zu entkriminalisieren, Menschen strafrechtlich zu verfolgen, weil sie sich mit der Verletzung der Menschenwürde und der Menschenrechte nicht abfinden, ist einfach skandalös. Die Linke fordert auch schon immer die Abschaffung der europaweit einmaligen, wirklich einmaligen Denunziationsverpflichtung. Auch das ist eine Forderung, die wir teilen. Dass die Grünen allerdings den Opfern vom Menschenhandel einen Aufenthalt nur dann gewähren wollen, und auch nur vorübergehend, wenn deren Zeugenaussage für Strafverfahren benötigt wird, ist nicht zustimmungsfähig. Das ist kein Opferschutz. Das tun Sie, das haben Sie auch schon 2006 getan. Das steht in Ihrer Begründung, das ist kein, das ist in Ihrem Gesetzentwurf, das ist kein Opferschutz. Das ist eher eben eine Instrumentalisierung der Opfer, indem man das Schicksal der Menschen einfach abhängig macht von der Beweislage. Das ist für uns nicht akzeptabel, lieber Kollege. Und deshalb würde ich sagen so, Sie sollten lieber die Anträge von der Linken für eine humanitäre Flüchtlingspolitik unterstützen. Damit hätten wir auch die Mängel beseitigt, die Sie in Ihrem Gesetzentwurf haben. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Peter Tauber von der CDU.